Das sieht ja auch schon so ein bisschen nach Berghain aus auf jeden Fall. Woher weißt du das? Warst du mal drin? Nein, aber du? Wir gehen zusammen mal, okay? Safe nicht. Hello darkness my old friend. Safe schon? Wieso? Ich bin direkt verge***t. Ja, aber die sieht halt so komisch aus. So Aliexpress bisschen. Das ist halt die teuerste von allen, die habe ich echt verschifft, schifft, schifft. Shifty Fates of Ray. Ich habe auch ein Absperrband. Okay, und wieso hast du ein Absperrband zu Hause, wenn du da bist? Wenn ich fragen darf. Im Datenschutz. Vielleicht habe ich hier noch eine Maske. Wieso hast du eigentlich eine Maske auf? Wieso liegt hier Strom? Ja dann. Okay, also wer hier professionell auf jeden Fall gegen Entgelt geschminkt werden will, muss sich bei der guten Dame... Hello Motherfucker. ...melden. Folgt ihr auf Instagram? Maggie. Das mach mal hier. Sympathisch. Nice Cock. Süßes Sonsgift zu Auris. Ich habe keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Auf jeden Fall bin ich hier in irgendeinem Penthouse. So, jetzt machen wir mal den Kollegen hier auf die grönen Kacheln. Man kann sich unterhalten. So leicht kommst du mir nicht davor, Nagelschlauch. Anzeige ist raus. Ich entziehe Ihnen das Recht von meinem Bild und von meiner Stimme. Tut mir leid. Ich bin hier mit. Spaß. Keine Ahnung. Aber du massierst ein bisschen. Ich krieg fast schneller. Nino. Habt noch zuerst. Wollen wir mal enttäuschen? What the fuck? Ja Rika, was ist das? War das Maske? Wieso hast du eigentlich eine Maske auf? Es gibt kein Klopapier. Oh fuck. Also ich kenne niemanden nicht, aber auf jeden Fall den Host geschminkt. Bist du zufrieden? Das ist egal. YouTube Represent. Eine Frage. Wie alt bist du, Bro? 14. Munich Represent auf jeden Fall. Hey, heute ist ein Dave-Stream. Kein Problem, du schaffst schon selber Übergang. Fuck, Alter. Was hab ich gemacht? Ey, ich glaube, es wird das erste Mal im Leben ne Glatzi. 1-10 Übergang. Ist doch gut geworden. Scheiße. Von 1-10, was sagt ihr? Von der Position sieht's lustig aus. Ich hab mal kurz die Mütze aufgesetzt. Dann schauen wir mal die Aktion von den Jungs an. Ha, 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 ha. Ich sag dir real, es sieht sogar so geil aus, man. Bro, du siehst aus wie Hitman. Es sieht einfach, warum steht die jede verf***te Frisur, Junge, man. Na ja, ha, 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 ha. I love my friend I love my friend I love my friend It's raining, it's raining Oh it is raining, it's raining It's raining, it's raining Don't be it to me You are my heart And we will never, ever, ever be a part Save it, save it, save the heart It's all the way through You found out you I thought you anything You are my favorite, favorite, favorite Nooo Ihr sollt abonnieren Was versteht ihr daran nicht abonnieren Sonst gibt's Besuch Aber kein netter Besuch, sondern Ein richtiger Besuch Dankeschön Wir haben ja 8,50 gezahlt, oder? Es geht allein schon mal easy klar Da hin? Ja wegen Auto Nein Nein